Und hier sind wir wieder, das vielleicht das letzte Mal bei Chris Tiddy. Wir sind gerade auf der Abreise von Berlin nach Köln, Dana nach Koblenz und Dana baut uns nach Hause. Ich wollte euch noch einmal sagen, dass ich euch richtig lief habe. Ihr werdet uns wahrscheinlich jetzt nicht mehr sehen. Vielleicht auch in der Schule werde ich ein paar Mal machen. Gucken wir uns an. Janus, aber heute denkt wohl, er wäre cool. Wir verlassen gerade unsere Herberge, die Pumpe. Und begegnen uns nun auf dem Weg zum Bahnhof. Es tut mir echt leid, Leute, das zu sagen, aber das war es für heute. Unser Ausflug ist vorbei und wir sind auf dem Rückweg. Aber Leute, glaubt mir, diese Videos hier, die wir heute oder gestern oder vorgestern oder die letzten fünf Tage gemacht haben, das waren die besten. Christoph, wie war unsere Herberge? Ja, so, herrlich. Herrlich. Golden. Ja, von Christoph können da ausgehen. Er ist so ein kleiner Streber bei uns in der Klasse. Ja. Ja, ich hole ihn direkt. Also, okay, Jungs. Vielleicht pein mich noch die Busfahrt. Alles klar. Danke.